Ja, der 2052 berührungslose Spannungsprüfer von BA Ampro, extrem sicher, mit Funktionsanzeige, Einschaltknopf und arbeitet optisch und akustisch. Wir schalten ihn jetzt ein und wir können Wechselspannung von 50 bis 600 Volt erkennen, Phasenprüfung, Wechselspannungsprüfung und da sehen wir auch schon wie es geht und wir erkennen auch Leitungsbrüche an Zuleitungen wie Waschmaschinen und ähnlichem. Wir schalten das Gerät wieder aus und sparen dadurch auch noch Batterien.